Ein Ford Tourneo konnetzt vor für Wagen steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in diesem großen blauen 5 Thüringen-Bendplatz. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei weniger als 8000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2015. Der Venn bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Bordcomputer, ESP, Einparkhilfe und vieles mehr. Der sparsame Benziner hat eine Leistung von 101 PS und wird über ein 6-Gang-Schaltgetriebe gesteuert. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 17.870 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne mehr. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl, bester Preis.